hallo willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal das wird ein review zu dem wo you who along so der würfel kostet 16 dollar und ja das ist eigentlich ein ziemlich guter preis für ein 3x3 ich weiß nicht also die meisten sind so zwischen 10 und 15 dollar euro so in dem bereich deswegen passt das eigentlich schon dann sticker sind wie immer die normalen sticker drauf die ich wie immer runtergerupft habe um meine eigenen drauf zu machen aber von der qualität her sind ja auch auf jeden fall super dann zur größe der würfel ist nur 56 millimeter groß nicht 57 das fällt auf aber es stört auf jeden fall nicht und generell ist das halt das nachfolgemodell zu dem au long so kommen wir mal zum speed von dem würfel der würfel ist sehr sehr schnell out of the box war das meine ich nicht so ich hab den jetzt schon eine ganze weile aber wenn das factory loop von moyo wenn das langsam raus geht wenn man selber den normalen und dann wird er schon ziemlich ziemlich schnell und das ist halt nicht unbedingt für jeden kontrollierbar also ich kann leute die sagen nehmen mir ist ja zu schnell kommen damit nicht klar da kann man halt auch immer noch was dran ändern dass man sagt ok man läuft dann halt so dass dann da das ein bisschen langsamer ist sagt nur die frage dann wirklich der würfel für einen ist dann zum ja ansonsten vom drehen her ist es halt wirklich sehr sehr leicht also ein ziemlich leichtes drehen leichtes gefühl und ja dann zum corner cutting das ist eigentlich wie bei fast jedem anderen dreier auch so 45 45 grad schafft er wie wir es hatte auch ein bisschen hier ich habe auch glaube ich relativ festgestellt von der tension her ja es geht aber das ist halt ja das macht das macht mittlerweile keinen großen unterschied mehr zwischen den einzelnen drei mal drei jahren dann zu den lock ups er hat so komische logs dass man halt irgendwie ab und zu hängen bleibt so sowas zum beispiel das kann man schwer beschreiben auf jeden fall passiert dass das man häufig mal irgendwie ein algorithmus oder seine drehungen nicht ganz flüssig ausführen kann aber das fällt eigentlich fast gar nicht auf das stört nicht unbedingt weil man halt dafür auch ansonsten ein bisschen schneller dreht und ja manch einer würde den würfel vielleicht auch als etwas instabil bezeichnen im vergleich zu einem way long oder zu einem a long ist der ist definitiv aber erst halt stabiler als zum beispiel der sämtliche ganz würfel deswegen ja finde ich das ist jetzt kein großer kritikpunkt an dem würfel und ansonsten andere probleme hat er eigentlich nicht abgesehen davon dass er sehr sehr laut ist wenn man jetzt mal so dreht ja das ist schon ziemlich laut das kann auch manch einer nerven ja ansonsten für manche leute wäre es halt die geschwindigkeit von dem würfel dann fazit das ist nicht unbedingt ein ding für jeden und wenn man das geld hat kann man das auf jeden fall versuchen sich den würfel zu kaufen aber er ist jetzt nicht klar als die vorgänger bei long oder a long also hat jetzt keine ganz ganz klaren vorteile außer vielleicht die geschwindigkeit das war glaube ich deren ziel nach dem a long v2 dass selbe gefühl herzustellen nur halt noch mal ein bisschen schneller aber dadurch ist er ein bisschen instabiler geworden finde ich und ja meine persönliche meinung ist dass ich den würfel manchmal total gut benutzen kann manchmal überhaupt nicht das problem ist ich tendiere dazu etwas schneller auf dem würfel zu drehen und dadurch habe ich weniger look ahead und ja das manchmal funktioniert das dass ich halt so oder so ziemlich gut dran bin drauf bin da kriege ich auch wirklich richtig gute zeiten damit und manchmal halt richtig schlechte zeiten also man ist nicht so konstant wie sonst mit anderen würfeln sondern man hat halt einen viel größeren unterschied zwischen den einzelnen zeiten deswegen ja es ist nicht mein main cube aber ich benutze ihn trotzdem manchmal genau ansonsten findet ihr jetzt hier auf dem bildschirm oder auch in der beschreibung einen link zu einem video wo ihr einen kurzen average of five von mir seht und ja das zeigt noch mal wie der würfel denn so in der praxis funktioniert ich hoffe das video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal